Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Beruf von mir, und zwar werden wir Friseur im Barbershop 3D Simulator. So, bin ich in mein Level 1 mal? So, ja, ah, da kommt unser erster Kunde rein. Sehr schön. Ja, ja, wollen Sie was zu trinken oder so? Sehr geehrter Nachzugang, wir müssen gut behandeln. So, ja, ja, ich glaube, er will, keine Ahnung, was er will, vielleicht einen neuen Haarschnitt, oder? Ah, okay, äh, unsere Sachen, wir auch schon zwei. Ja, gut. Er soll ein bisschen, einfach nur den Bart, oder was? So, da ist unser Ding. So, da machen wir es so. Das geht ja ganz einfach, finde ich. Da können wir jetzt flippen, so dass wir auf die andere Seite auch noch zukommen. So, da unten hoch, die Haare weg. Und, ja, wir müssen natürlich vor der Zeit auch noch fertig werden. Und dann können wir da dann draufklicken. Aber wir sind noch nicht fertig. Unser Kunde ist noch nicht fertig. Der braucht noch ein bisschen. So. Nein. Er schaut noch nicht so ganz fertig aus, da. Da vielleicht noch was. Ja, und fertig. Ich glaube, er schaut gut aus. Und 100% akkurat. Ähm. Also, 100% haben wir geschafft. Next. Schauen wir mal. Wir spielen jetzt einfach ein paar Level und schauen uns das ganze Spiel mal an. Denn, dann werden wir auch gut bezahlt, ja? Wow. Also, wenn der jetzt nicht zum Friseur muss, dann weiß ich auch nicht. So. Was will er haben? Einen gestutzten Bart, oder was? Achso, er will, dass man die Oberläppe wegnimmt. Ja, gut. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, da. So. Und zack. Und er sieht noch nicht so ganz perfekt aus. Und da auch noch ein bisschen. So. Ja, fertig. Ich würde schon sagen, dass das so aussieht wie im Bild. Dann. Nur 86%? Okay. Hätte ich vielleicht mehr wegnehmen sollen, oder was? Ob ich das wirklich da einmal reingeschnitten habe. Ich weiß es nicht. Oh, immer diese schöne Aufnahme von dem Frieden. Aber der war doch gerade eben erst hier. Was macht der hier? Ah, der Bart ist jetzt so schnell gewachsen, dass er jetzt nur ein Mustache will. Okay. Können wir ihn besorgen. Ich muss nicht aufpassen hier. Okay. So. Auf die andere Seite. So. Ja. Sieht gut aus, finde ich. Und fertig. Warum geht das einfach? 98%? Haben wir etwa ein Haar vergessen, oder was? Alter Schwede. So, Level 4. Schon wieder ein... Warum immer Werte? Ich will auch ein bisschen Friseur, oder? Ich will ein bisschen Haare schneiden. Okay. Warum ist der beim Friseur? Ist das jetzt unser erster Haarschnitt? Nämlich, ich kann ihn nicht so wie in GTA einfach Haare dazu wachsen lassen. Er will wirklich Haare schneiden? Jee, endlich! Boah, schaffe ich das überhaupt? Erstmal auf den Rasierer wechseln. Achso, habe ich gar nicht. Ups. Na gut, dann müssen wir das so machen. Dann ist das unser erster Kunde. Och Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Das sieht nämlich nicht ganz rosig aus. Och Gott, ich habe ihn schon mal reingeschnitten. Ja, warum macht man das so? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wie sieht er aus? Es tut mir leid, Sir. Es ist nicht so gewollt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Es tut mir wirklich leid, Sir. Es ist mein erster Tag hier. Ja, also, ich muss sagen, das sieht doch ganz gut aus. Kommen Sie zum nächsten Mal wieder. 0 Prozent. Oh Gott, das wundert mich nicht. Ja gut. Und belassen wir es dabei. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Und dann sage ich noch einmal Tschüss. Und... So. Und dann lasst den Haan. Und dann, wie es geht raus. Untertitelung des ZDF, 2020